Potsdam Ole 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 Ja Es ist 8.30 Uhr morgens und gleich Easy Germany, der ein oder andere hat es mitbekommen und ich habe total Bock Ich habe auch keinen Bock Beziehungsweise kein Bock auf 4 Stunden Zug fahren Ich war gestern Vorgestern nach München gefahren 4 Stunden, dann 4 Stunden Also gestern 4 Stunden zurück, heute 4 Stunden oder was weiß ich nach Potsdam Genial Ich kündige wahrscheinlich irgendwie anders an wie meine Runs in einem extra Video oder keine Ahnung Es sind auf jeden Fall 2 dieses Mal Wer es so gar nicht mitbekommen hat Beide Spiele, die ich noch nicht let's playt habe Das eine habe ich schon mal erwähnt Max Bane für den Game Boy Advance Irgendwann habe ich es mir mal gesagt Ich glaube so 30 Minuten und Havis neue Augen sind so 15 bis 20 und die Spiele kommen beide am Freitag Die eine ist nachts irgendwie um 3 nach momentanem Plan und das andere abends um 18 Uhr Wobei man muss ja sagen Bei ESA 2016 war diese extreme Verschiebung weil irgendwie nichts funktioniert hat Und bei dieser Schedule jetzt sind ein paar Backup Runs drin Bedeutet, wenn man wirklich zu weit nach hinten ruht also zu weit sich verspätet dann fliegen diese Runs einfach raus Es wurde vorher auch gesagt Meiner ist keiner davon Das betrifft eher andere Also man kann schon damit rechnen dass Freitag nachts um 3 und Freitag abends um 18 Uhr dass da bei mir was läuft bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Wer sich beim Vloggen nicht so blöd vorkommen will, einfach Handy anzuhalten. Da muss ich gar nicht mehr so blöd vorkommen. Eigentlich schon. Eigentlich hat sich nichts geändert, aber ist egal. Wir sind gleich da, aber meine Füße tun weh. Es macht keinen Spaß, 500 Meter zu laufen im Koffer. Auf Dingsstein. Freiland, ja nein, richtig falsch, wo bin ich? Diese Germany, bingo. Bingo, Treppen. Ein französischer Mann. Sag hallo. 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 Just recording in case of this PB's. Hi, hi YouTube. Hi mom, hi dad. So PianoStress is just playing the piano, it doesn't save any time. It's just fun. Actually true. Don't care. No, wait, come on. I'm kidding, I can't stop playing. You ruined PianoStress, dude. I did, fuck. How? I actually shot the piano. Wow, that's amazing. And the range is around a few pixels. And time. Nice. Stopped clapping for yourself. It was a pretty good run, honestly. Das neue Instagram, jetzt ein Video vom Essen. Hallo. Das ist ein schöner Weg. Das ist übrigens ein Fahrradweg, wusstest du das? Da sollte man nicht drauflaufen als hier, ne? Fußgänger. Das hier, äh, äh, äh. Das ist jetzt ein B-Log. Run. Run where is the game. Ach so, und da wollen wir? Ich hab keinen Time-Off. Brauchen wir nicht. Reset this for the game. Ne, einfach mal machen. Ne, das sitzt nicht auf. What? Wie viel kann der eigentlich? Was kann das alles? Ich werde nichts rausschneiden. Dein Gesicht ist ein Miss-Clicker. Woah. What? So. So. You guys wanted to do a rematch in Rock, Paper, Scissors. Oh. Oh. See that? Okay, let's do it. So. 1-1. 2-1. 3-1. 3-1. Haha. Nice one. And again took a 1. Unbeat it. Unbeat it. Unbeat it. Unbeat it. So on a side note, I guess we have one vote for one stay and took of the cutest couple. If it works, we would see one more run. What do you think about it? Let us know. Who is that? Yeah. How are you? Hey. Good. Good. What do you think about it? Yeah. Halfway. It actually goes. It's not so far away from the Rockbahnhof. Yeah. If you know it. Yeah. That's my jam. Yeah. That's my jam. That's my jam. True. That's my jam. 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 Pizza place. Legend. We play with me for call of pizza. Oh. Yeah. Yeah. Also, there's still a donation incentive going whether I should skip or not skip the puzzles. You can donate for that until around two minutes in. That's when the first puzzle starts. Are there still fifty dollars missing? Still fifty dollars short on that one, so... Fifty is doable, let's go. If you wanna make Toka suffer... Yeah, the last puzzle of the game is really... Let's not talk about that. The screen changes, Toka can... We have a fifty dollar donation from Regitus saying, it's puzzle time! Have fun with the final puzzle! Amazing. I'm actually sad, but thanks for fifty dollars. So, yeah. We have to match the text again, because escape doesn't work, because... Answer that yourself, because I don't know it. And... Time. The other... Go on, run! Corporal Ricard, hi! So, who are you? Hmm? What? Who are you? What is your nickname, again? I'm Catalyst! So, welcome, Kata! So, time is coming up! And... Time! Congrats, man! Seems the run is starting any second, so good luck to Woomer, with an estimate twice the world record! What? That's not true. Hey guys, what's up? It's ya boi! Oh, yeah. Woomer, just curious, what's your PB again? Uh, PB is a... Fifty-four. Something. I don't know exactly. So, it could be a PB, if I don't mess up now. That would be nice. I want to remind you of the donation. Can someone give Woomy a big kiss on the forehead, if he gets a PB? Chad wants me to remind. If, 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 if. I believe. So, time's coming up, by the way. Uh, time in... Now. Hey. And, uh, turns out this is actually a PB, I think. I don't know exactly what the time is that I have, but I remember having, uh, 50... 54, and this is a 53, so... Has to be PB, right? Thanks again, amiibo. Well, PB means time for a kiss. Time for a kiss? On the cheek, though, only. Who wants to? Do you wanna? No. Yes. All right, thanks, thanks for, uh... Mmm, thank you. Thank you. Kappa pride. But yeah, that's, uh, Ratchet and Clank. Any% Thanks a lot for watching. Thanks for having me as well. And, uh, yeah, shoutouts to the Rack community for being awesome. Hopefully, for not shitting on me too much. Apostle Wait, wait... Oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Crowds ready. Crowds ready in Sonai. 3, 2, 1, now. Oh, I got stuck there. Oh, the double jump. Oh. 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 Oh, I got stuck. Oh, sub. Time. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. So happy. Sub-estimate, guys. Oh, my God. This is vorbei. Just easy Germany. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ja. Das war's also. Der Vlog von Easy Germany. Im Gegensatz zum letzten ESA, wo ich ja, da waren es ja drei Videos, da war sehr viel Gerede, relativ wenig Zwischenszenen, aber das Verhältnis war einfach nicht gut und ich habe da auch ein paar Kommentare bekommen, da so, hm, ja, hm. Ja, wirklich gesehen hat man nicht was und ich habe gedacht, diesmal versuche ich mehr so kleine Zwischensachen, ähm, geredet ja inzwischen gar nichts wirklich und auch einige Highlights vom Stream, ähm, wo ich halt dabei war, meine Runs oder irgendwas, ähm, wo ich im Hintergrund irgendwas Lustiges gemacht habe, wo man keine Ahnung, sowas halt nochmal reinzunehmen, ich finde. Der, also es ist fertig geschnitten. Ich finde der Mix ist mir relativ gut gelungen. Ich fand's, ich finde es ganz okay, ähm, mal schauen, wie es so ankommt. Generell zu Easy Germany, es war ein sehr cooles Event, dafür, dass es das erste Jahr war und selbst, selbst wenn es das dritte Jahr gewesen wäre, es wäre ja trotzdem ein super Event gewesen, also es gab, also es gab, glaube ich, zwei Punkte zu meckern insgesamt für mich. Einmal, dass die, dass es in den Duschen keine Steckdose gab, also Föhn war so, ja, Pech bei meinen etwas kürzeren Haaren geht es ja noch, aber ansonsten hätte man da hochgemusst in Practice oder Gemeinschaftsraum, aber was weiß ich und sich da und da, das ist und dann Föhn, das ist doch blöd. Und die zweite Sache, das Mass-Housing, der muss vielleicht ein bisschen aussehen, letztes Jahr bei Easy Germany, ähm, beim Mass-Housing, also sehr viel in einem Raum zum Schlafen, sehr nah an der Venue, also wirklich an den Stream-and-Practice-Raum ist, du bist einmal rüber und du warst da, also das war, nee, super, allerdings letztes Jahr, war ja Schweden, es war auch Sommer, da dachte man sich ja so, 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 so eine lila Decke reicht, du weißt, so, so eine, so eine flauschige halt, reicht doch vollkommen aus. Und das hat letztes Jahr ausgerechnet, da habe ich gedacht, ne, nehme ich es dieses Jahr wieder, weil Schlafsäcke, ich bin nicht so, ich mag dieses Material von den Schlafsäcken nicht so, ich, ich kann es nicht ab. Und deswegen, Daryon nimmt die Decke wieder, allerdings, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es April war oder ist, ähm, oder dass es einfach an der Location lag, aber es war wirklich kalt da drin. Und das sagt jemand, der mit Kälte sehr wenig Probleme hat eigentlich. Also ich musste dann, um nicht nach vier Stunden aufzuwachen, da nicht mehr schlafen zu können, musste ich in deinen Pullover und Jogginghose und dann auch mit Decke drüber schlafen. Das war, naja, war nicht so, nicht so cool. Ähm, außerdem, ich habe viel zu wenig Schlaf bekommen, aber das ist ja normal bei sowas, da kann ja niemand was für, äh, außer ich selbst. Ähm, ja, ansonsten viele coole Leute wieder getroffen, die ganzen Prince of Persia-Leute, ähm, zum ersten Mal getroffen, Rick zum Beispiel Super Flash Crash, war ja Samstag und Sonntag ein paar Stunden da, ähm, mit dem habe ich auch Crash Fusion, ein bisschen, ein bisschen Run zum Spaß, Crash 2 hat er gemacht, im Practice-Raum mal ein bisschen, ähm, geübt und so, das war, war nice generell die ganzen Leute zu treffen, das ist halt, ähm, ja, eins der Haupt, ähm, Faktoren, Spaßfaktoren oder generell Faktoren bei so einem Event, das ist ja ganz, ganz klar, also, mhm, ja, das war super, fällt mir sonst noch was ein? Ne, aber sonst zu meckern, mir, mir fällt nichts mehr ein, top, nix, sehr gerne wieder. Und kleiner Fun-Fakt ist, der Vlog war schon vor zwei Tagen fertig geschnitten, also, äh, am Dienstag, ja, Montag war ESA Germany zu Ende, mich heimkommt, Dienstag habe ich den geschnitten, und ich wollte aber warten, bis die Runs von ESA Germany auf, auf dem entsprechenden YouTube-Kanal hochgeladen sind, dass ich die auch verlinken kann, also, wie auch letztes Jahr wahrscheinlich vier Runs, die ich empfehlen kann, wahrscheinlich werden zwei davon meine beiden, Max Payne und Habe ich neue Augen, wenn man auch schon Highlights gesehen hat, und dann noch zwei andere, die ich cool fand, ob ich mit dabei war, oder mal gucken, ähm, ich konnte auch nicht alles reinsteigen, wo ich irgendwie dabei war, weil ich habe ja drei, drei Host-Schichten gehabt, also Host ist der, der Spenden vorliest, zwischen den Runs immer so ein bisschen Transition, äh, wofür spenden wir, wir sind unsere Partner und so weiter, bla, 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 ähm, da müsste ich jetzt neun Stunden Material durchschauen, und schauen, was war lustig, was war nicht, aber ich habe keinen Bock drauf, ähm, und wahrscheinlich wird dieses, äh, werden diese Host-Schichten auch, ne, es werden nicht verloren gehen, es sind keine Runs, man muss nur wissen, wann ich, äh, was gemacht habe, aber, nein, ja, ich labere gar nicht mehr lange rum, mir fällt auch gar nicht mehr wirklich was ein, ESA Germany 2017, das war's, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020